Kommt die ganze Mannschaft noch? Einige Spieler lassen noch auf sich warten, aber ein paar Spieler kommen noch und ich denke, dann wird noch richtig Party gemacht. Suchen noch das passende Kostüm und kommen dann doch nur in ihrem Trikot nachher rein wahrscheinlich. Ja, ich glaube Nils Putzen, das ist so ein Kandidat, der kommt in seinem eigenen Trikot und lässt sich feiern.